Der Schuss und seine vitalen Parameter stehen bleiben. Bitte verlassen Sie den Bereich, bis die Ordnung wieder hergestellt wurde. Was soll das denn? Oh, schlur. Alter, warum? Ah, okay. Ah, okay. Aufzug. Okay. Hm? Ah. Ich werde auch wieder gesehen. Das Ding kann ich nicht hacken. Scheiße. Ey, Küki. Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Das kann ich nicht tun. Was? Du bist doch ein Syn- Ah, da. Äh, ein Roboter. Das kann ich nicht tun, ja. Meister. Ich kann mir noch einen Schlüssel dafür. Für irgendeine Quests. Was ist das? Was ist das hier? Ein Landeplatz, ne? Ein Landeplatz. So. Dann. Ungefähr hier. Ist auch noch was. Ah, Meister. Oh mein Gott. Ich habe auch übrigens die Jetpack, ne? Jetpack. Wird bestimmt leichter sein, hier an Ortenzug gelangen. Ähm, die nicht gefehlten Symbole, da waren wir noch nicht. Wie bedeutet das? Habe ich seit... Okay, eigentlich seit 20 Folgen, aber... Ich habe schon später erst geschickt. Das ist das. Wo wir hin müssen. Wo wir hin gehen wollen. Aber nicht hier schon mal? Hier waren alles Gule, oder nicht? Ah. Was? Ich habe es gehört. Todeskalle, was... Hey... Ein Bär, oder was ist das? Was ist das? ich befinde mich eine Todeskalle sieht der eingesperrt vergesse ich immer, dass ich das habe bitte zeig mir so viele eimische Lebensformen ja die eine befindet sich hier schon drin die ist aber gefangen oh da ist er toll das ist einfach das Loch ja toll das ist aber nur eine normale Todeskalle nein, ich wollte den schieben verdammt warum was macht er da ja, warum wackelt der mit seinem Pugli so sehr oh man, was macht der er macht Sex mit einer Küste ja, so muss es sein der war von außen also der war hier drin da gibt es Todeskalle ja, das wäre krass da ist also so viel Krempel bohlen hier alles reingeschmissen so viele Jahre unbeschädigt zu überstehen das nenne ich Glück was war da übrigens da 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 Wasserfall Warte mal Da kann man rein Interessant Ich dachte wir hätten schon Alles Gesehen Ich hole mein Schwert mal aus Nein Ah jetzt hab ich Ah Toll Ach du scheiße War das sein Mittagessen Wir sollten Ihre Schwimmwesten tragen Erst mit Schimpf Westen Ich hau dich kaputt Ich hau dich kaputt Geil Oberschenkel Oberschenkelmuskel Was war da Keine Ahnung Ausgezeichnet Du schwimmst Dauer 15% schneller Cool Okay Das Beet war auch Nicht schlecht So voll Dumm gezeichnet Okay Okay Das ist nochmal hier oben Das sind gleich Coolfutter Das ist nochmal hier oben Das ist nochmal hier oben Vielleicht hast du uns freundlich besonnen Oho Oho Der Arsch blutet Paketenwerfer Ja klar Schäde Grünes Blut Alles klar Oh Der liegt aber breit Beine schädigt Mich am Arsch Geht's noch hoch? Wie jetzt du mich verarschen Rattengift Geht's denn da nicht lang? Oh Raus Na komm Dann geh mal raus Okay Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg Oder? Nein Das ist Das ist heutige Zeit Siehst du Das ist heute noch da ist Also ist das von heute Hä? Was? Wieso können wir Erfahrung? Was ist den Leuten hier zugestoßen? Weiß ich nicht So wie jede Person hier Was hat er denn da? Eine Todeskala ist da Gegen Bruderschaft Ja Direkt schon Es gibt hier weit mehr Als man mir glauben machen wollte Ich gehe rein Ich gehe rein Uh Das Haus Alter Ich gedacht Ja Oh Die Bruderschaft Danke Hey Danke Schnauze Ich habe ja wohl das meiste gemacht Ganz schön brüchig Eigentlich müssen wir voll zusammenbrechen Herr Pohnen Bei unserer Röpf Bist du? Oh was war das? Scheiße Was war das? Was habe ich Oh man Scheiße Tut mir leid Das wär's Voll am Bruten Gut Gut Fieber Dann bam Na ja Dann schauen wir mal Weiter Und zwar hier ungefähr Schätze ich mal Ich glaube das ist Ey Kirschensymbol Melden Middle School Wo geht's hier in die Melden Middle School ein? Eine Schule Weiß Im Gefängnis Ja Klar Da kommen die bösen Kinder rein So du kommst In die Zelle Nein Geh in die Zelle rein Da geht's weiter Ah und hier ist das Direktor Ja direkt das Direktor Zimmer Klar Kommt jetzt in die Zelle Zack Da guckt er in die Zelle Und das ist einfach der Eingang Der Schule Ja Ist ein bisschen vertraulich Ja 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 ist die Eingang Zur Schule Oh Gott Ah ne ist der Keller Ja Die Schule Befindet sich In den Keller Ist einfach so Okay Hier war die Volt 75 Lese ich gerade Volt 75 Melden Middle School Oh Da Hat man wohl recht Vielleicht war das hier Außer Ich stelle meine Waffe weg Oh die sind böse Ich dachte die wären lieb Ja 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 kümmer dich besser Und das ist der Deine Tate Füttt im Verletzigen Verfolge Oh wei oh wei Der Garnakopowall Entschuldig Ja Schnauze Du lebst ja nur Alter Ist echt Sind das wirklich die Volt 75 Oder sind das einfach Schon nix tot Wer war das Aufnahme Terminal Ja so kann man Mehr über die Beute Erfahren Das weiß ich Aber das dauert mir Alles zu viel Ich kann selbst So Da würde ich ja Top den mund bekommen Bei so viel Im rahmen der Eröffnung von Wolfen 70 Müssen sich alle Bewohner der Standart Messigen Aufnahmeprozedur Unterziehen Die im einzelnen Im Woid Tech Personal Buh nackt Gelesen Werden kann Nachdem die Bewohner Verifiziert Und Desinfiziert Wurden Werden die Kinder unter 17 Jahren In das Atrium Gebracht Wo ihnen Da auch Sehr wichtige Informationen Zur Einführung Mitgeben Wird Alle anderen Bewohner Werden in den Wachtebereich Gebracht Wo sie Durch den Sicherheitsleiter Eingewiesen Werden Das ist eine Neue Stimme Wie Okay Okay Geht's Ja Eigentlich Nur Hier Weiter Hä Wo Kommt Die Frau Her Von Ganz Oben Oh Der Wo ist Geil Was Steht Da Sau Crazy Okay Kann man Fasch Oder Lesen Wird Das War Am Blenden Ist Immer Hoch Oder Runter Je nachdem Oh Zu leise Voll Zerquetscht Woid 75 Erforsche Woid 75 Ah Ist Eine Quest Okay Die Untere Ebene Kritischer Schaden Steht Kurz Bevor Erbitte Unterstützung Ich habe Beträchtliche Schaden Genommen Jetzt Ich habe Möglich Gab Es ist etwas In der Nähe Wie denn Sieht Unbekannt Ja Keine Ahnung Händen Sich Im Frieden Leben Können Und Mich Anzugreifen Zu Wollen Aber Nein Die Kleinen Alles Mit Schüssen Da Schieße Ich Zurück Scheiße Ich Zurück Oh Kees Geld Immer das Gleiche gewesen Wie Wollt Wir Jetzt Schon Haben Wollt 75 Äh Ja 75 95 111 Wir wollen Da Eine Karte Ich Muss Die Karte Finden Für Labor Zugangskarte Mit Vergnügen Dann War Noch Eine Volt 101 Äh Wollt 101 Ist Vollout 3 Oder So Wollt Ah Mann Da War Noch Irgendwas Oh Ein Schwebende Dose Gut Gut Wo seid ihr denn Guten Tag Verlieren sie bitte ihren Kopf nicht Das ist unhöflich Boah Da fliegt alles in der Luft Gute Lampe Nein Gut Will sich nicht treffen Da ... ... Ich will sich nicht treffen. Da hörst du es. Schau es nicht mal da hinten quatschen. Ich loote. Ich sehe mich eher für das Loot als für dich. Ja. Was ist denn? Achso. Du bist tot. Ah. Da war... Vielleicht der, was verschwunden war, ist wieder zurück. Ach. Der Loot ist da los. Da ist ja da kein... Bäm. Bäm. Kann ich von hier? Ja. Zack. Ah. Mann, ich hoffe auf dich. Ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Oh, ein Hund ist gestorben wahrscheinlich. Kann ich. Was ist denn der ein Problem? Ja. Äh. Er guckt durch die Wand. Hey. Kommt der da raus. Kommt der da raus. Pass auf. Ah. Still sein. Mein Gott. Der bleibt einfach nicht hier. Der Typ, ne? Der Typ. Warum? Der macht doch gar nichts. Ah. Ich steckt einen Stab in dem Haus. Oh, Teddybär will duschen. Was das da drin macht, weiß ich auch nicht. Ein Klobesuch. Hahaha. Hm. Gleich. Dann gehen wir gleich rein. Oh, Scheiße. Ja. Gibt da da was? Ja. Ey, da. Wie viele Schauplätze es hier gibt. Ich geh hoch. Hm. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Warum? Ein Tütschen. Die Tütschen. Oh. So. Cool. Toll. So. Ach so. Ach so. Das ist mein Glas. Hey, hey. Hey. Alles fällt auseinander. Ich muss die Karte finden. Hm. Spielzeug. Ey, wie viele Spielzeuge haben die? Was machen die hier? Alter. Voll. Die Kiddies, ja? Oh. Sieht nicht schlecht aus. Deine schläft so. Deine schläft so. Deine schläft so. Ich hab auch mal die Plätze gewechselt, als kleines Kind. Was ist das? Da. 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 Fleisch und Bohnen Fleisch und Bohnen Schalalala Steht da? Gary, ach nicht crazy Gary Gary Das ist Gary Oh Steht auch Gary Warum steht denn Gary? Gary Habe ich das verpasst? Hm Achso, das ist auch einer Stadt Das wäre jetzt Antworteter Mann So 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 Jederzeit Teddybär Schön Das war die Oetage Wie erscheint Wie erscheint Oh, warte an Geh ich gleich mal da hinten gucken Hm Bringt nichts Nicht ohne die Karte Hm Hm Speiche mal Mal gucken was hier hinter ist Es geht hier noch tiefer Hä? Binsch WOAH Was Was Ich sage Oh Gott Ich sage Ich sage Ich sage Bop Schrei Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Die sieht noch repariert aus. Genau, die sehen nicht schlecht aus, die Toiletten, ne? Ich bin Toiletteninspektor. Ich bin Toiletteninspektor. Ich bin Toiletteninspektor. Ah ja. Ok. Ok. Ich bin Toiletten. Oh, Waffenlager wahrscheinlich. Ich bin Toiletteninspektor. Ich bin Toiletteninspektor. Ich bin Toiletteninspektor, oder? Ich bin Toiletteninspektor. Ja. Cool. Erst gucken wir mal. Mega. Boah. Da oben kann man mal was gucken. Wenn man da hinkommt, weiß man nicht. Ist da einer? Ja. 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 Hallo. Ja. Ja. die Füße. Hey. Vodka, Vodka. Ah, what? Laborzugangskarte. Ah, wir haben sie. 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 La 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 la. Cholala. Das ist ein bisschen, dass ich wirklich gerade schießen. Halt, dann geh weg. La 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 la. Ah, Tannenbaum. Hier hinter ist nichts, oder? Ah, ah. Nice Versteck. Toll. Ja. Tag zu allem, ja. Ich dachte, das wäre ein geiles Versteck. Mann. Mann. So, hier kann man leider nicht rein. Deshalb auch immer. Da will ich das zwischen mir und die Kampf-Simulation sehen. Kurs, Neustart. Bestzeit noch was. Injektor, Basel, Ale, Bob. Ah. Also, das ist... Starte Lauf in... Drei... Zwei... Eins... Start. Start. Drei... Kurs... Drei.